Ein Mann nimmt allein den Kampf gegen die Wüstenhorten des Roten Drachen auf. Der junge Limu Pai kennt keine Gnade. So wahr ich Limu Pai bin, schwöre ich, dass ich den Tod dieser Leute, den Mord an unschuldigen Frauen und das Leid, das diese Teufel über unser Land gebracht haben, rächen werde! Des Roten Drachen Denk nicht an mich, mein Junge. Was bin ich schon wert? Jeder alte Mensch muss irgendwann die Welt verlassen. Tu deine Pflicht. Ich kann, ich kann doch nicht mit ansehen, wie sie dich töten. Das wirst du auch nicht. Limu Pai schreckt vor der Macht zurück. Und er bleibt nicht allein. Das versucht nur an. Bist du wahnsinnig? Aber auch die brutalste Grausamkeit kann echte Gefühle nicht verstecken. Zwei Menschen finden sich. In der Liebe und im Kampf. Schießt! Er hat nicht nur dich beleidigt. Ich werde ihm die Augen selbst herausreißen. Ich habe ihn besiegt. Er gehört mir. Es gibt kein Entrinnen aus der Gewalt des Roten Drachen. Oder doch? Schwesterchen, du weißt, ich liebe schöne Frauen. Also lass mich nicht länger warten. Oder hast du was gegen mich? Wie kannst du als mein Bruder so etwas Furchtbares von mir verlangen? Ich bin die Frau deines Freundes Temur. Du willst nicht! In der Gewalt des Roten Drachen. Ein Film aus der faszinierenden und rätselhaften Welt des fernen Ostens. Ein Film der Superlative. Wald des Roten Drachen. Ganz schön. Und jetzt bin ich dran. Gabin. Und jetzt haben wir sollen